Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs feierte die Christdemokratie in Europa ihren Siegeszug. Dabei setzten sich Staatsmünder wie Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi oder Robert Schumann auf einem vormals von Krieg und gewaltgeprägten Kontinent nachdrücklich für Frieden, Wiederaufbau und Stabilität ein. Dennoch hatte die Christdemokratie im Nachkriegseuropa auch eine dunkle Seite. Der autoritäre Geist des reaktionären politischen Katholizismus wirkte in ihr weiter, was sich etwa an der unverhohlenen Bewunderung vieler Christdemokraten für Diktatoren wie Franco und Salazar oder einem angespannten Verhältnis zur freien Presse und den Institutionen der liberalen Demokratie offenbarte. Franz Josef Strauß hat einst die Losung ausgegeben, rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Er hat das damals auf Deutschland bezogen, aber man kann das natürlich auch auf die gesamte EU beziehen und daraus die Frage ableiten, Wie viel Raum sollte die Christdemokratie rechts von sich lassen? Soll sie sich auch die extremeren Stimmen eingemeinden und dadurch der Demokratie verpflichten? Oder ist es vielleicht eine Versuchung, der sie widerstehen muss? Aktuell wickelt in Ungarn Viktor Orbáns Fidesz-Partei gerade die Demokratie ab und beruft sich dabei besonders empathisch oder emphatisch auf die christdemokratische Tradition. Ein ungehöriger Affront könnte man meinen, aber wie ernst war es christdemokratischen Parteien in der Vergangenheit eigentlich mit der liberalen Demokratie? Der Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein hat in seinem Buch Die dunkle Seite der Christdemokratie analysiert, wie es heutzutage um die Christdemokratie und ihre autoritären Versuchungen steht. Er geht der Frage nach, wo sie ihre abgrenzenden Linien zu autokratischen, christlich begründeten Politiken zieht. Heute ist er bei uns zu Gast. Dr. Fabio Wolkenstein ist Professor für Transformation der Demokratie an der Universität Wien. Nach Studium und Promotion an der London School of Economics war unser Gast unter anderem als Fellow an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main sowie als Assistenzprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Aarhus tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind der Wandel politischer Institutionen und Ideologien. Ich darf ihn ganz herzlich bei uns begrüßen. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich habe festgestellt, dass wir mit einem Fußballspiel große Konkurrenz haben und dass Sie trotzdem kommen, rechne ich Ihnen hoch an. Vielen herzlichen Dank und vielen Dank auch an die Einladung hierher, der ich natürlich gerne gefolgt bin, zumal ich noch nie im Saarland war und das heute eine Premiere ist. Und natürlich habe ich auch noch nie im Saarland über die Christdemokratie gesprochen, was ich jetzt aber gerne mache. Ich komme gerade von einer Tagung aus Bonn von Historikern, bei der es um die Bonner Republik ging. Und ich sage das vorweg, weil ich einerseits natürlich da ein bisschen fremd war, einerseits als Nicht-Historiker, auch als Nicht-Deutscher tatsächlich, ich komme aus Österreich, und dementsprechend nicht berufen bin über die Bonner Republik mit den führenden Expertinnen und Experten zu diesem Thema zu sprechen. Aber das, was interessant war, und das möchte ich vorweg schicken, ist, dass die geschichtswissenschaftliche Debatte zur Bonner Republik, so schien mir gestern, sich immer mehr mit dem auseinandersetzen möchte, was man die dunklen Seiten der Bonner Republik bezeichnen könnte. Und das fand ich durchaus interessant, dass viele der Topoi, die wir heute auch vielleicht auf der einen oder anderen Stelle anstreifen werden, jetzt sehr in den Mainstream der geschichtswissenschaftlichen Debatte kommen. Nun, das Thema meines Vortrags ist also die dunkle Seite der Christdemokratie. Zunächst klingt das natürlich sehr nach Zuspitzung, vielleicht sogar nach Polemik. Wie Sie sich wahrscheinlich denken, habe ich den Titel des Buches nicht selbst gewählt. Das wird bei Publikumsverlagen nicht gemacht in der Regel. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass ich im Folgenden weder die Christdemokratie als politisches Projekt pauschal delegitimieren will, noch bloß im konventionellen parteipolitischen Sinne politisch argumentieren werde. Dementsprechend möchte ich auch niemanden in diesem Raum ausreden, Christdemokratin oder Christdemokrat zu sein. Und ich hoffe, dass am Ende meines Vortrags deutlich sein wird, dass meine kritische Aufmerksamkeit sich auf einen sehr spezifischen Aspekt und auch einen historischen Aspekt der Christdemokratie richtet, der aus vor allem liberal-demokratischer Perspektive tatsächlich problematisch erscheint. Das heißt selbstverständlich nicht, dass eine ganze Parteienfamilie, die natürlich eine große europäische Geschichte hat und auch jenseits von Europa relevant war, doch in anderer Form etwa in Lateinamerika hier unter Generalverdacht gestellt wird. Insoweit die folgenden Ausführungen, Analysen parteiisch sind, handelt es sich lediglich um eine Parteinahme zugunsten der liberalen Demokratie. Dass ein solches Bekenntnis vielleicht nicht immer ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, ich komme aus Österreich nicht, muss man kaum hinzufügen. Und dass man sich, das ist mir noch wichtiger, zur liberalen Demokratie bekennen kann, ohne gleichzeitig zu behaupten, dass die liberalen Demokratien, in denen wir leben, oder das, was von ihnen übrig ist, besonders gut funktionieren, sollte sich ebenfalls von selbst verstehen. Trotzdem ist der Ausgangspunkt meiner Überlegungen die von einem Österreicher Hans Kelsen inspirierte Annahme, dass die liberale Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht, Parteienwettbewerb, Parlamentarismus und rechtlich garantiertem Schutz öffentlicher und privater Freiheiten einen zwar imperfekten, aber doch allen alternativen, zunächst überlegenen Kompromiss zwischen dem natürlichen Bedürfnis nach Freiheit und der Notwendigkeit von Ordnung darstellt. Warum sollten wir uns aber jetzt für die Christdemokratie und insbesondere für ihre dunkle Seite interessieren? Der Hauptgrund ist, dass traditionelle Mitte-Rechts-Parteien im Allgemeinen und christdemokratische Parteien im Besonderen in den vergangenen 10 bis 15 Jahren in Europa zunehmend von nationalkonservativen oder oft als rechtspopulistisch bezeichneten Parteien elektoral und programmatisch unter Druck gesetzt wurden. Diese Parteien treten nicht selten mit dem Anspruch an, den Konservatismus oder auch die Bedeutung christlicher Politik, vielleicht sogar christlicher Werte neu zu definieren und haben ebenso oft ein angespanntes, wenn nicht antagonistisches Verhältnis zur liberalen Demokratie, aus denen sie auch oft kein Hehl machen. Viktor Orban wurde schon genannt. Viktor Orban sieht sich als Verfechter einer illiberalen Demokratie, wie er sagt. Wie traditionelle Mitte-Rechts- und christdemokratische Parteien nun auf diese Herausforderungen reagieren, ist für die Stabilität ja das Überleben und im Übrigen auch für die Möglichkeit der Verbesserung liberal-demokratischer politischer Systeme von großer Bedeutung. Und mein guter Freund und Kollege Thomas Biebricher, der hier angeblich auch schon öfters zu Gast war, hat darüber in mehreren Büchern auch geschrieben, etwa in seinem viel beachteten Buch Geistig-Moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Wenn die Repräsentanten der Christdemokratie es nicht fertigbringen, sagt Biebricher in diesem Buch mit Blick auf Deutschland, Zitat, einen respektablen Konservatismus von einem despektierlichen Rechtspopulismus der AfD abzugrenzen, ist nicht ausgeschlossen, dass Konservatismus über kurz oder lang in Rechtspopulismus kollabiert, die intellektuell-politischen Brandmauern nach rechts abgetragen werden und letztendlich auch einer politischen Kooperation nichts mehr im Wege steht. Damit wäre freilich noch nicht das Ende der liberalen Demokratie eingeläutet, aber es ist schwer von der Hand zu weisen, dass dies das Risiko einer graduellen Aushebelung demokratischer Mechanismen deutlich erhöhen würde. Diese Bedenken wiederholt Biebricher in seinem im letzten Jahr erschienenen Buch der vergleichenden Studie Mitte-Rechts, die die graduelle Annäherung gemäßigt konservativer Parteien an national-konservative Kräfte in Italien, Frankreich und Großbritannien nachzeichnet. Die internationale politikwissenschaftliche Forschung unterstreicht die Bedeutung, auch die historische Relevanz dieser Überlegungen. Wie etwa die Studien von Daniel Sieblatt, den Sie vielleicht als einen der zwei Autoren des Buchs Wie Demokratie sterben kennen, zeigen, hing der Erfolg demokratischer Ordnungen in der Vergangenheit wesentlich davon ab, ob politische Kräfte rechts der Mitte willig waren, die Demokratie und ihre Institutionen aktiv zu verteidigen oder ob sie aus wahltaktischen oder ideologischen Gründen beschlossen, mit jenen gemeinsame Sache zu machen, die sich nach einem autoritären Staat sehenden. Ein glänzendes Beispiel für den ersten Weg sind die britischen Tories, denen es im späten 19. Jahrhundert gelang, reaktionäre und antidemokratische Kräfte in die Partei zu integrieren und auf die Demokratie zu verpflichten, was, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, die Tories heute schon lange nicht mehr können. Den anderen Weg beschritten hingegen zahlreiche konservative Parteien der europäischen Zwischenkriegszeit, die am Ende oft selbst zu autoritären Bewegungen mutierten. Eine dieser Parteien, so viel Lokalkolorit aus Österreich kann ich Ihnen nicht ersparen, war die Christlich-Soziale Partei Österreichs, die Vorgängerorganisation der heutigen österreichischen Volkspartei. Unter der Führung von Engelber Dolphus veranlasste sie 1933 die Ausschaltung des Parlaments, das war der Begriff, der benutzt wurde dafür, und die darauffolgende Errichtung eines autoritären ständischen Regimes mit einer neuen autoritären Verfassung 1934. Diese Vorbemerkungen haben Ihnen hoffentlich nun ein erstes vages Gefühl, hoffentlich nicht zu vages Gefühl dafür vermittelt, warum das Thema von Bedeutung ist. Dem möchte ich nur noch hinzufügen, dass die elektoral erfolgreichsten Parteien, die sich im heutigen Europa zur Christdemokratie explizit bekennen, sehr unterschiedliche Positionierungsstrategien gegenüber ihren rechtspopulistischen, nationalkonservativen, Sie können den Begriff wählen, den Ihnen passt, Gegnern gewählt haben. Die Parteien, von denen ich spreche, sind zunächst die deutschen Unionsparteien und die österreichische Volkspartei, aber ich würde hier auch noch die ungarische Fidesz-Partei von Viktor Orban anführen, die sich ja selbst als Speerspitze einer neuen christdemokratischen Avantgarde präsentiert und in christdemokratischen Kreisen, zumindest Teilen christdemokratischer Kreisen, auch als solche akzeptiert wird. Mehr dazu später. Nun zu den Positionierungsstrategien. Die Unionsparteien und insbesondere die CDU fahren gegenüber der AfD im Großen und Ganzen eine Strategie der Abgrenzung, wobei auch das natürlich schwankend ist und manchmal rhetorisch in andere Richtungen ausschlägt und immer wieder zur Diskussion steht. Die ÖVP zeigte, also die österreichische Volkspartei zeigte in den vergangenen Wahlperioden hingegen einerseits Kooperationsbereitschaft bis zur Regierungszusammenarbeit mit der rechtspopulistischen FPÖ und andererseits eine klare Tendenz zur programmatischen Annäherung an Letztere, insbesondere in der deutlichen Bewegung nach rechts in der Flüchtlings- und Migrationspolitik nach 2015. Orbans Fidesz-Partei setzt wiederum auf Assimilation, ja ist selbst, man kann sagen, zur rechtspopulistischen Partei geworden, sodass noch radikaleren Mitbewerbern wie der ursprünglichen militant-rechtsextremen Jobbik-Partei kein Platz im politischen System bleibt. Dass der innerkonservative oder innerchristdemokratische Konflikt zwischen Christdemokratie und Rechtspopulismus noch unentschieden ist, scheint in erster Linie also auf Deutschland zuzutreffen, was es natürlich auch besonders interessant macht, in diesem Kontext über das Thema zu sprechen. In Österreich und Ungarn hat sich die Christdemokratie bereits in eine andere Richtung entwickelt, indem sie die Grenzen zum Rechtspopulismus zunehmend verwischte. In diesem Zusammenhang gilt es auch zu betonen, nicht nur die ungarische Regierung, sondern auch führende Politiker und Politikerinnen der österreichischen Volkspartei sind in jüngster Vergangenheit durch fragwürdiges Verhalten gegenüber den Institutionen der Demokratie und des Rechtsstaats aufgefallen. Beispielsweise weigerte sich der damalige Finanzminister der österreichischen Volkspartei, Gernot Blümel, im Mai 2021 einer vom österreichischen Verfassungsgerichtshof auferlegten Verpflichtung zur Lieferung von Informationen in der sogenannten Ibiza-Affäre nachzukommen, was in Österreich ein schwerer Verstoß gegen die Rechtsordnung seitens eines Ministers ist, aber in Österreich in der Regel auch nicht zurücktritten führt. Der Verfassungsgerichtshof musste schließlich sogar sich an den Bundespräsidenten wenden, um die gerichtliche Entscheidung zu exekutieren. Das sagt man irgendwie als Österreicher so salopp, wenn man überlegt, was das eigentlich bedeutet. Okay, ist das ernst zu nehmen. Dass es also eine diskussionswürdige dunkle Seite der Christdemokratie gibt, lässt sich nicht konklusiv oder in irgendeiner Weise systematisch aus Einzelbeispielen dieser Art ableiten. In den meisten politischen Parteien finden sich schließlich Politikerinnen und Politiker, die den zentralen Institutionen der Demokratie wenig Respekt zollen. Um zu verstehen, was genau also die dunkle Seite der Christdemokratie ausmacht, möchte ich zunächst in komprimierter Form, in sehr komprimierter Form, die Geschichte der christlichen Demokratie rekonstruieren. Und die zentrale These, die ich dabei verteidigen möchte, lautet folgendermaßen. Als eine politische Bewegung, die sich nie als Repräsentationsorgan einer bestimmten sozialen Klasse verstanden hat, sondern sehr heterogene Teile der Bevölkerung in einen gemeinsamen politischen Handlungszusammenhang integrieren wollte, war die Christdemokratie traditionell einerseits offen gegenüber antidemokratischen oder gar, das würde man heute vielleicht nicht mehr so formulieren, in der Zwischenkriegszeit und danach war es richtig, reaktionären Milieus. Andererseits bestand immer schon die Gefahr, dass die programmatische Flexibilität, die diese Offenheit ermöglichte, Christdemokratinnen und Demokraten für die Gefahren, die von diesen Milieus ausgingen, desensibilisierte. Dies erklärt auch, warum die Christdemokratie in ihren späteren Versuchen transnational, also vor allem im Sinne der europäischen Integration und den Parteien und Organisationen, die in dem Zusammenhang entstanden sind, transnational zu integrieren und dann eben auch etwa mit der Einbeziehung von Viktor Orbans Fidesz-Partei in die Europäische Volkspartei, autoritären Kräften gegenüber wenig bestimmt aufgetreten ist. Lassen Sie mich diese These nun ausführen. Aha, perfekt, Klicker funktioniert. Zunächst gilt es festzuhalten, dass die christdemokratischen Parteien Europas, hier sehen Sie so die Standardbeispiele, Schumann, in der Mitte Adenauer, dann Altschede de Gasperi und hier drei frühe Plakate dieser Parteien. Zunächst gilt es festzuhalten, dass die christdemokratischen Parteien Europas historisch allen voran vom Katholizismus geprägt sind. Die österreichische Volkspartei, die sehr, sehr langlebige italienische Demokratia Christiana, der kurzlebige Mouvement Republikan Populaire, das ist also, wir sind so nah an Frankreich, Sie kennen das besser als ich, Robert Schumanns Partei, die christlich-soziale Volkspartei ist Luxemburg, die selbstverständlich immer noch existiert und verhältnismäßig erfolgreich ist, oder die 1980 aufgelöste niederländische katholische Volkspartei, sie alle waren Parteien, deren christliche Inspiration vorwiegend aus dem Katholizismus entsprang. Als interkonfessionelles Projekt, das zudem auch liberale Milieus mit einbezogen hat, ist die deutsche Christdemokratie nach 1945, also etwas zugespitzt gesagt, eine Anomalie. Dennoch war auch die CDU in ihrer Anfangsphase und weit darüber hinaus überdurchschnittlich von katholischen Kräften aus dem Rheinland beeinflusst. Dies notiert auch die amerikanische Historikerin Maria Mitchell, die schreibt, Die Prägung durch den Katholizismus war zweierlei Art. Erstens waren viele nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten christdemokratischen Parteien die direkten Nachfolgeorganisationen älterer Parteien des politischen Katholizismus. Das gilt übrigens interessanterweise nicht für diese drei Parteien. Und übernahmen gleichsam das politische Personal, die Organisationsstrukturen und Wählermilieus dieser Parteien. Eingangs habe ich die christlich-soziale Partei Österreichs genannt. Dies war die direkte Vorgängerin der heutigen österreichischen Volkspartei. Die eben erwähnte niederländische katholische Volkspartei war ebenfalls, man könnte sagen, ein Nachkriegs-Rebranding der römisch-katholischen Staatspartei der Zwischenkriegszeit. Zweitens wurden natürlich durch diese Kontinuitäten mit der Zwischenkriegszeit und teilweise sogar noch früheren Epochen auch große Teile der politischen Programmatik, des politischen Katholizismus in die Christdemokratie importiert. Dass diese Programmatik damit auch eine prodemokratische Transformation erfuhr, ist naheliegend. Die illiberalen und antidemokratischen Elemente des politischen Katholizismus verschwanden aber bei weitem nicht zur Gänze. Um sich dies zu vergegenwärtigen, lohnt es sich, einen Blick auf die Definition christdemokratischer Programmatik zu werfen, die der niederländische Politologe Kies van Kersbergen vorgelegt hat. Kersbergen argumentiert, die programmatische Essenz der Christdemokratie gehen vier sehr allgemeinen Richtzielen auf. Integration, Klassenkompromiss, Akkommodation und Pluralismus. Christdemokratische Parteien zeichnen demnach der Wunsch aus, eine Vielzahl sozialer Gruppen mit Blick auf die europäische Einigung sogar Nationen in einen gemeinsamen Herrschafts- oder Handlungszusammenhang zu integrieren und ihre Konflikte durch Kompromiss und Akkommodation zu schlichten, allerdings ohne dabei den real existierenden sozioökonomischen Pluralismus oder sogar konfessionellen Pluralismus im Falle Deutschlands etwa, teilweise trifft das auf die Niederlande zu überwinden, aus dem die Konflikte ursprünglich hervorgegangen sind. Van Kersbergen misst die vier Richtziele, also Integration, Klassenkompromiss, Akkommodation und Pluralismus in erster Linie an den demokratisch orientierten christdemokratischen Parteien der Nachkriegszeit. Und dadurch erhalten sie natürlich einen moderaten, geradezu progressiven, anmutenden Beiklang. Interessant, und das ist auch eine These, die im Buch entwickelt wird, müssen politische Ziele wie Integration, Klassenkompromiss oder Akkommodation nicht unbedingt mit demokratischen Mitteln verfolgt werden. Das zeigt zum einen die Geschichte des politischen Katholizismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert und auch lange nach dem Zweiten Weltkrieg existierten in Europa noch dezidiert autoritäre, katholisch geprägte Regime, die sich der gesellschaftlichen Integration, dem Klassenkompromiss, der Akkommodation von Interessensgegensätzen und damit implizit auch den Pluralismus verschrieben haben. Als paradigmatisches Beispiel könnte man hier den portugiesischen Stado Novo anführen, dessen autoritär regierender Premierminister, der technokratische Katholik Antonio Salazar, eine korporatistische Staatsform etablierte, die ganz ohne demokratische Freiheiten, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Harmonie herstellen sollten. Die Bilder sind bewusst gewählt. Sie sehen hier ein Bild, ein, wenn Sie so wollen, Propagandabild des Stado Novo von Salazar. Diese Art der Repräsentation dreht sich um eine einfache, in dem Fall auch de facto sehr arme Gesellschaft, eine Agrargesellschaft. Sie sehen an diesem Bild natürlich auch, und das ist in dem Sinne wichtig, einen gewissen Pluralismus im Sinne von, dass jeder seinen Platz hat. Die Frau im Haushalt, der Mann kommt von der Arbeit nach Hause, das Kind spielt und dann sitzt man am gemeinsamen Tisch mit dem Kreuz. Diese Art der Repräsentation war auch im politischen Katholizismus der Zwischenkriegszeit sehr gängig, wo oft die Harmonie am Tisch, wo Personen unterschiedlichen Ranges beisammensitzen, als Sinnbild oder als Modell für den gesamten Staat gedacht wurde, wo unterschiedliche Stände in Klassen, Dimensionen hat man ja nicht argumentiert, dann am Ende zusammenfinden und jeder mit seiner Rolle in der Gesellschaft sozusagen trotzdem das Brot mit dem anderen bricht. Auf der anderen Seite sehen Sie 1948 ein Plakat von der italienischen Demokratie Christian und Sie sehen, wie viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hier repräsentiert sind. Sie sehen Arbeiter, Sie sehen den Mann im Anzug, sehr, sehr unterschiedlich. Die Frau, die sich ums Kind kümmert, im Endeffekt ist der Begriff der Volkspartei, der in das Vokabular der Christdemokratie nach 1945 stark Eingang gefunden hat, hier sehr gut repräsentiert. Und gleichzeitig Freiheit und das Kreuz, das war das Symbol der Demokratie Christianer, thront wiederum über allem. Sie sehen in beiden Fällen, ich finde, ganz gute, natürlich bewusst propagandistische Darstellungen in einer Form von Harmonie, in der Pluralismus integriert wird. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wie sehr dieses familiäre und auch patriarchale Ideal ein pluralistisches ist. Es ist von der Rechtfertigung her aber genauso gedacht. Nun, vielleicht noch ein paar Worte über dieses Salazar-Regime, das ja sozusagen kein Unikum war, aber sich doch sehr lange gehalten hat. Die politische Vision des tiefgläubigen Salazar war direkt, und wir kommen noch mehr darauf zu sprechen, von der katholischen Soziallehre beeinflusst, wie sie vor allem in den päpstlichen Enzykliken Rerum Novarum von 1891 und Quadragesimo Anno von 1931 ausbuchstabiert wurde. Zwei Schlüsseltexte, nicht nur der katholischen Soziallehre, sondern auch des politischen Katholizismus und der frühen Nachkriegs Christdemokratie. Und auch Armin Laschet hat sich oft noch vor wenigen Jahren auf diese Texte berufen. Eine wichtige Pointe dieser Texte lag darin, dass sich Ziele wie Integration, Klassenkompromiss, Akkommodation und Pluralismus auch, wenn nicht gar besser ohne die Demokratie erreichen ließen. Also nicht allein durch einen grundrechtsbasierten, christlich inspirierten Konstitutionalismus, wie er etwa in Italien und Deutschland nach 1945 etabliert wurde, sondern mindestens genauso gut durch den bereits angesprochenen autoritären Kooperatismus, der oft ein Hirngespinst blieb und selten verwirklicht wurde. Die sogenannten ständestaatlichen Verfassungen von Portugal 1933 und Österreich 1934 waren sozusagen eigentlich leere Hülsen, weil die Art des Klassenkompromisses sich so nicht herbeiführen ließ. Ursprünglich waren die vier christdemokratischen Leitziele, die ich hier eben genannt habe, freilich keine oder nicht primär theologisch oder philosophisch begründeten ideologischen Grundsätze. Sie kristallisierten sich vielmehr aus praktischen Notwendigkeiten heraus, die bis heute Bestand haben. Die ersten katholischen Bewegungen und Parteien Europas waren nämlich von einer der großen weltanschaulichen Vielfalt geprägt, dass sie sich innerhalb ihrer eigenen Reihen um Integration, Ausgleich und Kompromisssuche bemühen mussten, um am Ende nicht an den Konflikten zwischen modernen, antimodernen, traditionalistischen und egalitären Katholiken und Katholikinnen zugrunde zu gehen. Der interne Pluralismus der Parteien war die natürliche Konsequenz aus der Herkunft ihrer Anhänger aus sehr verschiedenen sozialen Schichten und schichtspezifischen Milieus mit konfligierenden materiellen und politischen Prioritäten. Der katholische Glaube war schließlich nie exklusiv an bestimmte Schichten oder Klassen gebunden. Gläubige gab es quer durch die Gesellschaft und insoweit sie sich zu konfessionellen Parteien oder Bewegungen bekannten, mussten sich die Parteien zunächst einmal intern um den Ausgleich ganz verschiedener Gruppen mit unterschiedlichen Interessen bemühen. Ein Beispiel für einen gelungenen Ausgleich, ich habe natürlich jetzt viele Deutschlandbeispiele hier, ist die 1870 gegründete und immer noch bestehende, wenn auch marginale natürlich deutsche Zentrumspartei. Sie repräsentierte nicht nur die bürgerlich-aufklärerische Bewegung im deutschen Katholizismus, die sich zu den Errungenschaften des modernen Industriestaats bekannte, sondern auch die tendenziell autoritär-reaktionär gesinnten ländlichen Unterschichten, die sich als eigenständige Bewegung, Zitat hier Wilfried Loth, in ihrer Mischung aus rückwärtsgewandten und modernen antiliberalen und elementar-demokratischen Elementen am besten als populistisch charakterisieren lässt, Zitat Ende. Und schließlich kam auch noch die in den 1870er Jahren parallel zum Aufbruch des Bürgertums entstandene katholische Arbeiterbewegung, die die Befreiung von wirtschaftlicher Not und politischer Bevormundung verlangte. Dem langjährigen Parteivorsitzenden des Zentrums Ludwig Windhorst gelang es derart gut, diese Gruppen zusammenzuhalten, so zumindest ist das überliefert, wenn man sich die Parlamentsreden anhört, ist das auch recht interessant, dass selbst der politische Erzfeind Bismarck seine Bewunderung ausdrückte. So urteilte Bismarck 1890, Zitat, es gibt nicht zwei Seelen in der Zentrumspartei, sondern sieben Geistesrichtungen, die in allen Farben des politischen Regenbogens schillern, von der äußersten Rechten bis zur radikalen Linken. Ich für meinen Teil bewundere die Kunstfertigkeit, mit welcher der Kutscher des Zentrums, also Windhorst, all diese auseinanderstrebenden Geister so elegant zu lenken versteht. Die Integration unterschiedlicher sozialer Gruppen, die einzig der katholische Glaube zusammenhält, war nicht nur in der Frühphase des politischen Katholizismus ein besonderes Merkmal christlicher bzw. katholischer Parteien. Bis heute sind ihre Mitglieder und Wählerschaft sehr heterogen und die internen Fraktionen stark organisiert, um ein Beispiel aus Österreich anzuführen. Man denkt an die Bünde und die Bündestruktur der ÖVP, die sowas ist wie das Rückgrat, das ständische Rückgrat der Partei. Die schwierigsten Integrationsaufgaben mussten sicherlich die neu gegründeten demokratisch orientierten christdemokratischen Parteien der unmittelbaren Nachkriegszeit meistern. In Italien gelang es Alcide de Gasperis, Demokratia Christiana, ihren weitgehend monarchistisch gesinnten katholischen Wählern, die Gründung der neuen Republik schmackhaft zu machen. Also eine Integrationsaufgabe. Dazu gehörte auch, dass sie trotz eines klaren Bekenntnisses zum Antifaschismus, weil die Demokratie der Christianer ging nicht aus einer faschistischen Bewegung hervor oder einer quasi faschistischen wie der christlich-sozialen Partei in Österreich. Dazu gehörte auch, dass die Demokratie Christiana trotz eines klaren Bekenntnisses zum Antifaschismus überzeugte Faschisten in Partei und Staatsapparat eingliederte. Ein Thema, dessen deutsches Korrelat wir auf der Tagung in Bonn, von der ich vorher kurz berichtet habe, intensiv diskutiert haben. Der französische Mouvement Republikan Populaire bemühte sich zeitgleich um Positionen, die sowohl der konservativen Bauernschaft als auch der urbanen Arbeiterklasse behagten. Also zwei Wählergruppen, deren ökonomische Interessen und Weltanschauungen unterschiedlicher nicht hätten sein können. Und in Deutschland gelang es der CDU nicht zuletzt, die Protestanten und Katholiken unter einem hohen C zu vereinen. Gewiss, all das war nicht etwa das Resultat einer freien und lebendigen internen Diskussionskultur innerparteilicher Demokratie, die die Kompromissfindung zwischen den unterschiedlichen Gruppen erleichterte. Die Nachkriegskristdemokraten waren kaum ein Paradebeispiel für innerparteiliche Demokratie und ich glaube, es gab kaum Parteien, die das waren in der Nachkriegszeit. Das muss man hier auch nochmal ergänzend hinzufügen. Die Ermöglichungsbedingung der Integration war in erster Linie, und das traf auch quer durch Westeuropa zu, ein gemeinsamer politischer Gegner oder etwas philosophisch gesprochen ein konstitutives Außen, das nicht nur die Möglichkeitsbedingungen der Identität christdemokratischer Parteien, sondern immer auch Teil dieser Identität selbst war. Und diese Rolle spielte der Sozialismus bzw. der Kommunismus. Ihn galt es mit allen Mitteln im Schach zu halten. Darüber waren sich alle Fraktionen, Wähler und Wählerinnen, Interessensgruppierungen innerhalb der Christdemokratie einig. In Hinblick auf die CDU wurde der Antisozialismus sogar als Zitat das Bindemittel der protestantisch-katholischen Kooperation beschrieben. Aber das galt natürlich, wie schon gesagt, nicht nur für Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Besonders eindrücklich finde ich das italienische Plakat der Demokratie der Christianer, Defendete mich, verteidige mich, wo Hammer und Sichel auf das Schild der Freiheit mit dem Kreuz und Freiheit drauf geworfen werden. Mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Es spricht wirklich für sich. Nun, Integration, Klassenkompromiss, Akkommodation und Pluralismus von Kersberghans bereits genannte vier christdemokratische Richtziele sind also einerseits auf die praktische Notwendigkeit der Integration heterogener Wählerinnen- und Wählermilieus zurückzuführen. Andererseits, und hier kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zurück zu dieser theoretischen, ideengeschichtlichen Verortung, andererseits Bestand mit der katholischen Soziallehre, ein kirchlich abgesegnetes Deutungsangebot, wie mit den großen sozialen Konflikten der Moderne umzugehen sei. Das unbestritten wichtigste Dokument dieser Frühphase der katholischen Soziallehre, also wir gehen jetzt nochmal kurz zurück, ans Ende des 19. Jahrhunderts war die bereits erwähnte Enzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII., die sich ausführlich mit der sozialen Frage oder der Arbeiterfrage, je nachdem welche Übersetzung man in der Hand hält, auseinandersetzt. Und zum Stüsseltext des Sozialkatholizismus wurde das, wie schon erwähnt, immer und immer wieder zitiert wurde. Das ist keine, ich sage es hier gleich vorweg, es ist keine akademische Überintellektualisierung der Christdemokratie, obwohl ich sicher zu dieser neige. Sie finden auch noch aus den 60er und 70er Jahren, also des letzten Jahrhunderts, sehr, sehr viele programmatische Schriften, die sich auf diese sozialen Zykliken sehr, sehr intensiv beziehen. Nun, Rerum Novarum ist interessant, es verteidigt zwar in antirevolutionärer Absicht das Eigentum als natürliches Recht, betont aber genauso, dass sein Gebrauch ethischen Normen und Pflichten unterworfen sein sollte. Dabei geht Rerum von einer natürlichen und naturrechtlich stabilisierten Ordnung der Ungleichheit aus, einer Hierarchie der Über- und Unterordnung der Berufsstände. Ich habe schon darauf angespielt mit dem Familienbild oder der häuslichen Repräsentation aus dem Salazar-Regime. Dies soll im Sinne des mittelalterlichen Gerechtigkeitsverständnisses der Kirche als System von Rechten und Pflichten zwischen Herrschern und Beherrschten eingerichtet werden. Ein System, das der Zitat aus Rerum Eintracht und dem Gemeinwohl diene. Zitat Ende. Die Antwort des Papstes, also Leo XIII. auf die soziale Frage ist also nicht etwa die Abschaffung der Ungleichheit, sondern ihre harmonische Verwaltung, was aus heutiger Sicht wie das Ziel aller Parteien erscheint im Großen und Ganzen. Aber gewiss gab es damals den revolutionären Sozialismus, den Marxismus, der eben nicht auf die harmonische Verwaltung der Ungleichheit, sondern auf ein vielleicht utopisches Ziel der Abschaffung der Ungleichheit und der Abschaffung der Klassengesellschaft mittels Klassenkampf aus war. Es wurde mit dieser Enzyklik ja selbstverständlich gegen diese Idee emphatisch bereits Stellung bezogen und diese antisozialistische, antirevolutionäre Prägung bleibt auch in der DNA der Christdemokratie. die bestehen. Die Bedeutung von Rerum Novarum ist für den politischen Katholizismus und die Christdemokratie im Großen und Ganzen kaum zu überschätzen. Insoweit es überhaupt programmatische Grundlagen gibt, zählen diese Sozialen Enzykliken natürlich dazu. Nun, der Einfluss der katholischen Soziallehre auf die christlichen Parteien nahm nach dieser Frühphase um 1900 noch weiter zu und insbesondere in der Zwischenkriegszeit, wo sich auch schon die Impulse mehr formierten, die später dann die Christdemokratie ermöglichten, selbstverständlich nicht dominant oder mehrheitsfähig wurden, fanden innerhalb der Parteien und der dazugehörigen Vorfeldorganisationen umfangreiche Diskussionen über die Neuordnung der Gesellschaft unter christlichen Vorzeichen statt. Im Deutschland der Weimarer Zeit, der Weimarer Republik wurden drei konfligierende Richtungen virulent. Da waren die Anhänger der Wiener Richtung, denen die Zugewandtheit zu einer romantischen, also einer Art merkwürdigen, aus heutiger Sicht besonders merkwürdigen anmutenden mittelalterlichen Romantik, wie etwa von Karl Freiherr von Vogelsang propagiert, anhingen. Dann gab es die katholischen Sozialisten und die Solidaristen. Die Solidaristen sind bedeutend, weil zu ihnen Personen wie Gustav Gundlach oder Oswald von Nell Bräuning gehören, die auch in der frühen Bundesrepublik besonders viel Einfluss auf christlich-soziale Debatten hatten. Aber die auch, Gundlach und Nell Bräuning maßgeblich zu 1931 anlässlich des 40. Jahrestages der Veröffentlichung von Rerum erschienenen Sozialenzyklika Quadragesimo anno beigetragen hatten. Gundlach und Nell Bräuning werden für gewöhnlich als die Autoren dieser Enzyklika zitiert. Und Quadragesimo anno sollte in einer Zeit großer politischer Spannungen, also am Anfang der 1930er Jahren, an die Relevanz der in Rerum artikulierten Lehren erinnern und diese weiterentwickeln. Eine besondere, und jetzt fokussieren wir, stellen wir noch mehr scharfer auf die Inhalte hier, eine besondere in ihrer Bedeutung, nicht zu überschätzende Eigenschaft der katholischen Soziallehre, wie sie in Rerum Novarum und Quadragesimo anno und selbstverständlich auch anderen Enzykliken ausbuchstabiert wurde und auch in den zahlreichen Schriften politisch aktiver Laien kommentiert und weiterentwickelt wurde, ist, dass die Frage nach der richtigen Staatsform in der Regel bewusst offengelassen wird. Der Gedanke, jede Staatsform könne im Prinzip legitim sein, solange sie den Geboten des christlichen Naturrechts Rechnung trage, findet sich bereits in den für den politischen Katholizismus so bedeutenden Enzykliken des bereits genannten Leo XIII. In der Enzyklika Graves de Communi von 1901 formuliert Leo XIII. in Bezug auf die Idee der christlichen Demokratie, die er schon expressis verbis anspricht, die Regel, dass, Zitat, die Gebote des Naturgesetzes und des Evangeliums von jeder Form staatlicher Verfassung unabhängig sein müssen, weil ihr Rechtscharakter über die Wechselfälle des menschlichen Lebens, soll heißen, auch unterschiedliche Regimeformen erhaben ist. Aber sie müssen auch mit jeder Staatsform vereinbar sein, soweit diese nicht der Sittlichkeit und Gerechtigkeit widerstreitet. Wie der Theologe Rudolf Urtz rekonstruiert hat, vertraten auch die Cheftheoretiker der Deutschen Zentrumspartei dieses modifizierte Naturrechtsdenken, dass das Gemeinwohl als oberste Rechtsnorm festlegt, aber hinsichtlich der Staatsform neutral bleibt. Von diesem Standpunkt aus konnten letztlich keine Vorzugsregeln für die Demokratie formuliert werden, denn der Grundsatz hieß, Monarchie, Aristokratie und Demokratie können allesamt legitime Ordnungen sein, sofern sie mit dem öffentlichen Interesse, dem Gemeinwohl, nicht entgegenstehen. Mit anderen Worten, Zitat Urtz, die Verbindung von Gemeinwohlordnung, Demokratie, Volkssouveränität und pluralistischer Willensbildung konnte praktisch und theoretisch nicht geleistet werden. In der Zwischenkriegszeit wurden diese Positionen von wichtigen Figuren christlicher Bewegungen und Parteien vertreten, die bestenfalls aus pragmatischen Gründen die Demokratie akzeptierten. Man denke hier nochmal ein Beispiel aus Österreich, an den christlich-sozialen Prelaten Ignaz Zeipel, der sowas war wie der programmatische Vordenker und Chefideologe, würde man sagen, der christlich-sozialen Partei. Überraschend ist allerdings, und da spannen wir jetzt auch den Bogen zur Nachkriegszeit, dass auch jene katholischen Politiker und Theoretiker, die sich nach 1945 emphatisch für die Demokratie stark machten, nicht, oder in der Regel nicht, vom Gebot der Neutralität in Fragen der Staatsform abwichen. So schreibt Jacques Maritain, der gemeinhin als wichtigster Vordenker der Nachkriegs Christdemokratie gilt, zugegeben, in Deutschland wurden seine Arbeiten nicht stark rezipiert, aber vielleicht sehen Sie das anders, aber er ist gemeinhin einer der Personen, die Vatikan II entscheidend mit vorbereitet haben. Also eigentlich einer der, einer jener Laienphilosophen des Katholizismus, die die großen Transformationen im 20. Jahrhundert nach der Hälfte, nach der Zäsur von 1945 mit vorbereitet haben. So schreibt eben Jacques Maritain, der nicht nur ein wichtiger Vordenker der Nachkriegsdemokratie war, sondern auch des Katholizismus als solchen nach 1945 und vor allem die neu gegründeten christdemokratischen Parteien in Italien, Frankreich und Belgien maßgeblich beeinflusste, Zitat, Man kann Christ sein und sein Seelenheil erlangen, indem man sich für jede beliebige politische Ordnung einsetzt, immer unter der Voraussetzung, dass sie nicht gegen das Naturrecht und das Gesetz Gottes verstößt. Man kann Christ sein und sein Seelenheil erlangen, indem man eine andere politische Philosophie als die demokratische verteidigt, so wie man zur Zeit des Römischen Reiches Christ sein konnte, obwohl man die Sklaverei akzeptierte oder im 17. Jahrhundert Christ sein konnte und gleichzeitig an der politischen Ordnung der absoluten Monarchie festhielt, Zitat Ende. Aus dieser Perspektive betrachtet und das, wie gesagt, scheint mir wichtig für das Verständnis der Ideengeschichte der Christdemokratie. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Demokratie ein weltliches Phänomen, das wie alle weltlichen Phänomene dynamischen Veränderungen unterworfen ist, ganz im Gegensatz zu den ewigen Wahrheiten christlicher Lehren, zur Philosophie perennis des Katholizismus. Umgekehrt, so die Argumentation von Maritain, lässt sich eine innere Verbindung zwischen christlicher Ethik und Demokratie nachweisen, eben weil die christliche Ethik und das Naturrecht sich mit unterschiedlichsten politischen Formen verbinden lassen. Die Legitimität der Demokratie hängt jedoch davon ab, ob sie dem christlichen Naturrecht genügt. Ähnliche Argumente finden sich auch in den Schriften zahlreicher prägender christdemokratischer Politiker, also ein paar Beispiele vielleicht oder ein Beispiel, glaube ich, um das ein bisschen noch zu verdeutlichen. In seinem Text Christentum und Demokratie von 1946 schreibt etwa Alfred Missung, einer der Mitgründer der österreichischen Volkspartei, Zitat, das demokratische Prinzip gehört nur formal der politischen Sphäre an, wohingegen es materialitär ein ethisches Säulen darstellt. Und dieses ethische Säulen ist ausschließlich aus dem Christentum abzuleiten, da dieses das formgebende und inhaltsbestimmende Ideensystem ist, auf dem das sittliche Bewusstsein der Kulturmenschheit beruht. Sie finden ähnliche Aussagen auch bei Adenauer in Reden wie in Briefen. Also, was ich damit sagen will, es ist keine Randposition, die ich hier versuche zu rekonstruieren. Aufgrund dieser Emphasenverschiebung von der formalpolitischen Sphäre auf die Sphäre abstrakter ethischer Grundsätze blieb das politische Denken der frühen Christdemokratie auch höchst unkonkret im Hinblick auf Institutionen und das, obwohl die frühe Christdemokratie im Fall Deutschlands oder Italiens auch die Verfassungsordnungen mitgeprägt hat. Wie genau eine Demokratie institutionell ausgestaltet sein soll, dazu äußerten sich nur die wenigsten. Der überzeugte Demokrat Maritain, den ich hier nochmal auf das Slide habe, immer noch auf das Slide habe, notierte beiläufig, dass politische Parteien für eine funktionierende Demokratie nicht essentiell seien, wohingegen Demokratien nicht ohne die heroische Führung christlicher Eliten auskämen, die dem Volk ein ethisches Bewusstsein vermitteln. Ähnlich sprach Adenauer 46 von der Erziehungsaufgabe politischer Eliten. Derartige Denkmanöver machten es gewiss leichter, Milieus anzusprechen, denen auch nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die Demokratie noch nicht ganz geheuer war. Als unqualifiziertes Bekenntnis zum demokratischen Verfassungsstaat lassen sie sich jedoch nur schwer interpretieren. Gut, viel theoretischer wird es heute nicht mehr, kommen wir zurück auf den Boden der Politik. Wenn das eben besprochene politische Denken mit dem Fokus auf Akkommodation, Integration und der programmierten Neutralität in Fragen der Staatsform so etwas wie die Wurzel oder DNA der christlichen Demokratie darstellt, wie genau äußert sich dann das, was sich zugespitzt die dunkle Seite der Christdemokratie nenne? Die Antwort, die ich in meinem Buch auf diese Frage gebe, ist gewiss komplexer als das, was sich Ihnen hier in knapp 50, 55 Minuten anbieten kann, aber dennoch glaube ich, dass sich die Sache im Kern folgendermaßen beschreiben lässt. Die dunkle Seite der Christdemokratie besteht allen voran in der Desensibilisierung demokratischer, im Prinzip demokratischer Kräfte gegenüber den potenziellen Gefahren der Integration und Akkommodation undemokratischer Kräfte, eine Tendenz, die mit sich führen kann, dass aufrichtig demokratisch gesinnte Christdemokratinnen und Demokraten undemokratisches Verhalten verharmlosen oder verteidigen und damit normalisieren oder sogar selbst undemokratisches Gedankengut verinnerlichen. Nichts von dem, das sollte ich vielleicht auch nochmal unterstreichen, bedeutet oder soll heißen, dass ich davon ausgehe, dass Christdemokratinnen und Christdemokraten tief verwurzelt sind in der eigenen Ideengeschichte notwendigerweise oder dass es alles herzuleiten ist, nur über das, was ich zuletzt genannt habe, nämlich diesen ideengeschichtlichen Unterbau. Wie bereits vorher angesprochen, gibt es auch diesen pragmatischen Impuls, wie Angela Merkel das so schön formuliert hat, zur Mitte hin zu integrieren, wobei eben die Mitte ja ein sehr dehnbarer Begriff ist. Nun, in diesem Zusammenhang mit dieser Slide, hier auch nur mit Beispielen aus Deutschland, aber man kann das anreichern mit Beispielen aus anderen Ländern, in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal daran erinnern, was ich am Beginn meines Vortrages über die Bedeutung des Themas gesagt habe, nämlich, dass die Stabilität demokratischer Ordnungen in der Vergangenheit oft wesentlich davon abhing, ob politische Kräfte rechts der Mitte willig waren, die Demokratie und ihre Institutionen aktiv zu verteidigen oder ob sie beschlossen, mit jenen gemeinsame Sache zu machen, die sich nach einer anderen, möglicherweise autoritären Staatsform sehnten. In der Geschichte der Christdemokratie nach 1945 gibt es zahlreiche Beispiele für die Art Desensibilisierung, die ich eben skizziert habe. Man denke etwa daran, dass sich die CDU Mitte der 1960er Jahre sogar dafür entschied, der neuen Rechten und insbesondere der NPD, die sich als Bannerträger des Antikommunismus inszenierte, nicht konfrontativ, sondern verständnisvoll zu begegnen. Vor allem der spätere Kanzler Kurt Georg Kiesinger, hier abgebildet mit Francisco Franco, machte sich immer wieder für diesen Kurs stark und argumentierte, Zitat, wir müssen also diese Leute nicht als Neonazis behandeln, sondern als Menschen, die aus verständlichem Ärger gegen dieses oder jenes handeln. Es sind Leute, die unglücklich darüber sind, dass große Teile dieses Volkes ihr nationales Selbstbewusstsein zu verlieren scheinen. Zitat Ende. Man kann aus sämtlichen europäischen Ländern solche Beispiele anführen. Wie gesagt, ich beschränke mich hier meistens auf deutschsprachige Beispiele. Vielleicht noch bezeichnender ist die Annäherung der Bundesrepublik an Frankos Spanien in den frühen 50er Jahren, wobei natürlich das zunächst eine diplomatische, auch rhetorische Annäherung war und später dann natürlich zu einer Verteidigungskooperation wurde. Treibende Kraft waren jedenfalls die Unionsparteien und man kann dies im Sinne der vorhin genannten vier christdemokratischen Richtsziele als einen transnationalen Integrationsversuch interpretieren und verharmlost es vielleicht ein bisschen damit. Das sich betont katholisch präsentierende Regime des autoritär regierenden Caudillos wurde von christdemokratischen Spitzenpolitikern als strategisch bedeutsamer Partner gegen den weltweiten Kommunismus wahrgenommen, aber auch als Partner mit echten ideologischen Gemeinsamkeiten. Adenauer, der Spanien trotz seiner diktatorischen Staatsform als Teil der christlich-abendländischen Wertegemeinschaft sah, versuchte dem international isolierten Land zugleich den Weg in die europäische Integration zu ebnen. Übrigens auch ein Thema, das wir bei der schon erwähnten Tagung besprochen hatten. Mit dem Argument, Spanien sei, Zitat, ein Garant antikommunistischer Stabilität, versuchte Adenauer den ebenfalls christdemokratischen italienischen Ministerpräsidenten Antonio Seni als Verbündeten für dieses Projekt zu gewinnen. Woraufhin es im Sommer 1956 zu einem deutsch-italienischen Vorstoß kam, Spanien an den Sechsergesprächen über die gerade entstehende europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu beteiligen. Nach dem Preis von Spaniens angeblicher politischer Stabilität fragte der Kanzler in das nicht. Man könnte solche Initiativen und sollte diese Interpretationsoption auch offen halten, gewiss als Ausdruck eines außen- und sicherheitspolitischen Pragmatismus deuten, der wenig über ideologische Affinitäten zwischen deutschen Christdemokraten und dem autoritären Franco-Regime aussagt. Es spricht jedoch auch einiges gegen diese Lesart. Zunächst wurde im Umfeld der abendländischen Aktionen zu den CDU-Größen wie Außenminister von Brentano und Familienminister Würmeling sowie der CSU-Bundestagsvizepräsident Jäger zählten, direkt für Franco-Partei ergriffen. Nachgewiesenermaßen herrschte bei den konservativen Abendländern eine regelrechte Begeisterung für Franco. Dieser Enthusiasmus für das katholisch-autoritäre Regime wurde von den abendländisch inspirierten christdemokratischen Politikern in der Regel mitgetragen. Insbesondere Jäger von der CSU betätigte sich national und international als Spanien-Lobbyist und verkündete, dass Spanien zur europäischen Völkergemeinschaft gehöre und Deutschland wirklich keinen Grund habe, Zitat Jäger, einen seiner wenigen Freunde in der Welt zurückzustoßen, weil dieser in seiner eigenen, von uns verschiedenen politischen Form lebe. Zitat Ende. Wenn wir uns nun der Gegenwart der Christdemokratie widmen, Sie sehen hier auch in der Mitte einen wichtigen Protagonisten im sozusagen Versuch, autoritäre Kräfte in politische Zusammenhänge zu integrieren, Franz Josef Strauß hier neben Augusto Pinochet, widmen wir uns der Gegenwart, damit wir auch langsam zum Ende kommen. Das Paradebeispiel christdemokratischer Desensibilisierung gegenüber antidemokratischen Kräften scheint mir das Verhältnis führender europäischer Christdemokratinnen und Demokraten zum ungarischen Orban-Regime zu sein. Orbans Fidesz-Partei wurde 2004 in die Europäische Volkspartei, also in die europaweite Organisation christdemokratisch und moderat konservativer Parteien aufgenommen. Hier ging es abermals um eine Art der transnationalen Integration. Bis in die Führungsreihen der EVP, der Europäischen Volkspartei war man überzeugt, Orban wolle aus Fidesz eine gemäßigte Volkspartei der Mitte machen. Diese Rede von der gemäßigten Volkspartei der Mitte, dieser Ausdruck stammt von Wilfried Martens. Dass der einstige liberale Revoluzzer Orban zunehmend ein autoritäres politisches Projekt verfolgte, konnte oder wollte man aber nicht sehen. Über die Details zu dem Staatsumbau, den Orbán seit seiner Machtübernahme 2010 verfolgt hat, könnte man den ganzen Abend sprechen und ich werde das auch nicht tun, aber es sei trotzdem kurz an wichtige politische Veränderungen erinnert. Orbans Fidesz-Partei konnte bei den Parlamentswahlen 2010 eine Zweidrittelmehrheit erlangen und die neue Regierung nutzte ihre Macht, um die Verfassung und die Wahlgesetze zu ihrem Gunsten umzuschreiben. So führte sie ein Mehrheitswahlrecht ein, das die größte Partei, also die eigene, bevorteilte und zog die Grenzen der Wahlbezirke neu, um die Zahl der eigenen Mandate zu maximieren. Eine Praxis, die man aus den USA natürlich seit langer Zeit kennt. Schließlich verbot die Regierung den Wahlkampf in privaten Medien, sodass der Fernsehwahlkampf auf den von Fidesz-Anhängern geleiteten staatlichen Sendern beschränkt wurde. Gleichzeitig wurden nominell unabhängige Behörden, insbesondere das Verfassungsgericht, die Staatsanwaltschaft, der Rechnungshof und das Zentrale Amt für Statistik mit treuen Fidesz-Parteigängern besetzt. Innerhalb kurzer Zeit brachten Orbán und seine Gefolgsleute also praktisch den gesamten Staatsapparat unter ihre Kontrolle. Das ist nicht kontrovers, das lässt sich alles grundsätzlich mal nachlesen. Auf europäischer Ebene diskutierte man bereits 2011, ob die umfassenden Verfassungsänderungen nicht im Widerspruch zu den Grundwerten der Europäischen Union stünden. Laut Artikel 2 des Lissabon-Vertrages gründet sich die Union ja auf die Zitat Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Und zumindest zwei dieser Werte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, schienen so auch jüngere Urteile des Europäischen Gerichtshofs in Ungarn und auch dann in Polen akut bedroht. Wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten hatte sich Ungarn mit der Ratifizierung des Vertrags zur Wahrung dieser Werte verpflichtet. Man konnte das Orbán-Regime, so dachte man, also zumindest offiziell zur Ordnung rufen. Dem stand jedoch mehrfach die Europäische Volkspartei im Weg. Sie mobilisierte alle Kräfte, um die Verhängung von Sanktionen gegen die ungarische Regierung zu behindern. Ein interessantes Beispiel ist die Ablehnung, die konzertierte Ablehnung des sogenannten Tavares-Reports im Jahr 2013, also eigentlich noch in der Frühphase, über zehn Jahre ist das schon her. Dieser Report, der vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments vorgelegt wurde, kritisierte die enorme Machtkonzentration, die durch den Staatsumbau und die neue Verfassung Ungarns entstanden war und formulierte eine Reihe von Empfehlungen zur Aufrechterhaltung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten. Auch die Verbesserung von Sanktionsmechanismen der EU-Mitgliedstaaten wurden angesprochen. Die Mehrheit der EVP-Abgeordneten, das ist die größte Fraktion im Europaparlament, stimmte dagegen. Manfred Weber, CSU-Politiker und damals stellvertretender EVP-Vorsitzender bezeichnete den Tavares-Report in einer Presse-Aussendung öffentlich als Wunschliste, Zitat, Wunschliste der europäischen Linksparteien, die Ungarn ihre eigene politische Agenda aufzwängen wollen. Weber übernahm hier ungefiltert die Delegitimierungsrhetorik des ungarischen Premierministers. Nun gewiss, Orbans Fidesz-Partei ist nicht mehr Teil der EVP. Nach langen internen Diskussionen stimmte am 3. März 2021 die EVP-Fraktion im EU-Parlament für eine Änderung der Geschäftsordnung, die den Ausschluss nationaler Parteidelegationen ermöglichen sollte. Orbán verstand das Signal und kündigte kurz darauf an, mit seiner Partei die EVP verlassen zu wollen. Sollte man also der EVP dem Mut gratulieren, am Ende, wie Markus Söder behauptete, Zitat, eine klare Linie und einen klaren Kurs gefahren zu haben, umgekehrt könnte man natürlich auch fragen, warum es mehr als zehn Jahre gedauert hat, den Bruch mit Orbán zu vollziehen. Dass die ungarische Regierung ein illiberal-autoritäres Großprojekt verfolgte, zeichnete sich früh ab und wurde auch von niemandem geleugnet. Und dass Orbán durch die Einbettung der EVP nicht gezähmt und zum liberalen rechtsstaatlichen Demokraten werden würde, wie Jean-Claude Juncker noch 2019 in Aussicht stellte, hätte auch die größten Optimisten aus meiner Sicht zumindest rasch verstehen müssen. Wie lässt sich die langjährige Unterstützung erklären, die die EVP dem ungarischen Machthaber zuteil werden ließ? Hier möchte ich nicht überintellektualisieren. Es ging sicher nicht nur um programmatische Gemeinsamkeiten. Auch wahltaktische Kalküle spielten eine bedeutende Rolle. Fidesz war eine der stimmenstärksten Mitgliedsparteien der EVP, die nicht zuletzt aufgrund der Bevorteilung durch das neue ungarische Wahlrecht verlässlich Mandate im Europaparlament für die Europäische Volkspartei gewann. Damit trug Orbáns Partei wesentlich dazu bei, dass die christdemokratisch-konservative Allianz auf europäischer Ebene an ihrer Machtposition festhalten konnte. Zum anderen standen natürlich gewichtige ökonomische Interessen auf dem Spiel, die immer schon einen nicht unbedeutenden, vielleicht auch nicht als Subtext zu verharmlosenden Aspekt christdemokratischer Politik verständlicherweise ausmachten. Und das betrifft hier vor allem Deutschland, denn die deutsche Autoindustrie profitiert enorm von den billigen Lohnkosten, den niedrigen Unternehmenssteuern und dem in Teilen fast inexistenten Arbeitnehmerschutz in Ungarn. Mercedes, Audi und Opel betreiben große Autowerke in der ersten illiberalen Demokratie Europas. Kein Wunder also, dass sich die Unionsparteien mit Kritik an Orbán stets zurückhalten. Mein amerikanischer Kollege Dan Kelleman nennt Ungarn manchmal sehr zugespitzt auch Audikratie. Man darf aber keinesfalls gewichtige ideologische Gemeinsamkeiten herunterspielen. Gerade konservative christdemokratische Parteien wie die CSU oder die ÖVP teilen oder vielleicht teilten mit Orbán auch Wert- und sicherheitspolitischen Ziele, die etwa am gemeinsamen Widerstand gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik deutlich wurden. Und auch Teile der CDU hegen sichtliche Sympathie für Orbáns politisches Projekt und engagieren sich aktiv in den politischen und intellektuellen Netzwerken, die die Fidesz-Partei aufgebaut hat. So etwa im Matthias Korvinus-Kollegium, einen Think Tank, kann man es vielleicht so nennen, der von der ungarischen Regierung mehr Geld bekommt als alle Universitäten des Landes zusammen und dazu dienen soll, ein geistiges Fundament für Orbáns Christdemokratie des 21. Jahrhunderts, so das Mission Statement zu entwickeln. Hier tummeln sich Vertreterinnen und Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich kenne viele von Ihnen persönlich, es ist auch keine, ich kenne die meisten Leute, von denen ich hier spreche persönlich, die noch am Leben sind, auch Manfred Weber. Oder der emeritierte Politologe und Mitglied der Werte Union, Werner Patzelt, der inzwischen als Forschungsdirektor des Brüsselers Büros des Korvinus-Kollegium fungiert. Die Verbindungen der europäischen Christdemokratie, ich wurde gebeten, ein bisschen mehr Beispiele zu bringen noch oder etwas länger zu sprechen zumindest, also ein letztes Beispiel noch, die Verbindungen der europäischen Christdemokratie zu Politikern und Regimen von fraglicher demokratischer Statur reichen freilich noch weiter als Ungarn. Ein weiteres brandaktuelles Beispiel sind die grenzenden Beziehungen der europäischen Volkspartei und zahlreicher nationaler christdemokratischer Politikerinnen und Politiker zur serbischen Fortschrittspartei unter dem amtierenden Präsidenten Alexander Vucic. Vucic, der im autoritär-ultranationalistischen Regime von Slobodan Milošević, als Informationsminister tätig war und seinerzeit mit Aussagen bekannt wurden, dass für einen getöteten Serben 100 bosnische Muslime getötet werden sollten, sitzt seit 2017 fest im Sattel. Dass er abgewählt werden könnte, ist wie bei Orban recht unwahrscheinlich. Seit die Fortschrittspartei 2012 erstmals an die Macht kam, verschlechterte sich die Demokratiequalität aller seriöser Studien und Quellen, die mir bekannt sind, zufolge massiv. Wahlbetrug und die Einschüchterung von Wählerinnen und Wählern sowie von Oppositionspolitikern gehören zur politischen Normalität. Dennoch ist die für diese Entwicklung in Hauptverantwortliche Fortschrittspartei seit 2016 assoziiertes Mitglied der Europäischen Volkspartei und ähnlich wie bei Orbans Fidesz-Partei stimmte die EVP-Fraktion relativ geschlossen gegen sämtliche Resolutionen des Europäischen Parlaments, die etwa die Einschränkung der Medienfreiheit, den steigenden Einfluss der Politik auf die Judikative oder gar die direkte Verantwortung Vucic und seiner Partei für die Erosion der Demokratie in Serbien beklagte. Ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des positiven Verhältnisses zwischen den europäischen Christdemokraten und der serbischen Fortschrittspartei war die enge persönliche Beziehung zwischen Vucic und der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Vucic brachte immer wieder seine uneingeschränkte Bewunderung für Merkel zum Ausdruck und lobte sie als die unbeschrittene Anführerin Europas. Vor allem war Vucic aber stets ein treuer Partner bei der Eindämmung der Migration über den Balkan nach 2015 und um die Wahrung der regionalen Stabilität bemüht. In der deutschen und im Übrigen auch in der österreichischen Westbalkan-Politik haben beide diese Dinge eine hohe Priorität. Zudem gibt es natürlich gute, aus meiner Sicht geopolitische Gründe, Serbien stärker in Europa binden zu wollen. Nicht nur in Brüssel ist man besorgt, dass der Einfluss Russlands und Chinas in Serbien immer größer werden könnte. Mit diesem Droh-Szenario spielt Vucic ja auch bewusst. Regierungsnahe Zeitungen zeigen sich immer betont russisch in Serbien etwa. Aber vor diesem Hintergrund müssen Markus Söders Besuch in Belgrad Mitte März diesen Jahres und seine Beteuerungen, dass Europa Serbien dringend brauche und Serbien den Weg in die EU geebnet werden soll, als geopolitisches Manöver verstanden werden. Sozusagen hier noch ein Fun-Effekt. Auf dem Bild bekommt Söder den Orden der Republik Serbien zweiter Klasse verliehen. Diesen hat 2021 auch Sebastian Kurz verliehen bekommen. Während der Orden erster Klasse bereits 2013 an Wladimir Putin, 2016 an Xi Jinping, 2021 an den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche Kirill und 2022 an Viktor Orban verliehen wurde. Orban und Vucic verstehen sich übrigens ausgezeichnet, nicht zuletzt, weil sich beide als Gegenpol zum liberalen Westeuropa sehen und in Russland und China potente Kooperationspartner sehen. Nicht zufällig hat Viktor Orban betont, Ungarn würde in seiner Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres, 2024, die Integration Serbiens in die EU vorantreiben wollen. Sollte das gelingen, hätte Orban mit Vucic auch eine weitere illiberale Demokratie, einen illiberalen Demokraten als Verbündeten in der Europäischen Union. Nun, ich komme zum Schluss, das war natürlich eine Tour de l'horizon zwischen Ideengeschichte und Realpolitik. Wenn die dunkle Seite der Christdemokratie, und ich, wenn Sie sich das antun wollen, mein Buch zu lesen, werden Sie sehen, dass ich in keines Weges verneine, dass es auch viele helle Seiten und Errungenschaften der Christdemokratie gibt. Aber wenn die dunkle Seite der Christdemokratie in der Desensibilisierung gegenüber antidemokratischen und illiberalen politischen Projekten besteht und diese Desensibilisierung zumindest ein Stück weit eine Konsequenz eines politischen Denkens ist, dass die DNA der Christdemokratie bestimmt, dass ihr gleichsam seit Beginn, seit Anbeginn eingeschrieben ist, dann stellt sich die Frage, wie die Christdemokratie aus eigener Kraft möglichen Desensibilisierungstendenzen ihrer eigenen Persönlichkeiten, ihrer eigenen Bewegung entgegenwirken kann. Als jemand, der kein Parteimitglied ist und auch kein christdemokratisches Parteimitglied ist, möchte ich mir nicht anmaßen, diese Frage hinlänglich beantworten zu können. Als jemand, der sich intensiv mit der Geschichte der Christdemokratie beschäftigt hat, erlaube ich mir zumindest eineinhalb Sätze dazu zu sagen. Ich denke, wenn das Wesen der Christdemokratie die Integration, Akkommodation und Kompromisssuche ist, auch wenn nur aus pragmatischen Gründen, dann scheint mir daraus zu folgen, dass die Christdemokratie sich selbst negiert, wenn sie so wie in Orbans Ungarn oder in milderer Form in der österreichischen Volkspartei unter Kurz eine einzige Gruppe oder Person in kompromissloser Weise bestimmen lässt, was christdemokratische Politik ist. Integration, Akkommodation und Kompromisssuche mögen noch kein vollständiges politisches Programm sein, aber aus meiner Sicht schützen diese Leitziele ein Stück weit vor einer Vereinnahmung oder unilateralen Machtübernahme durch jene, die für sich beanspruchen, die einzig echten Christdemokraten zu sein. Und damit endlich. Danke herzlich. Vielen Dank für diese wirkliche Tour d'Orison durch die Geschichte der christlichen Parteien in Europa eigentlich schon. So, jetzt kommen wir zu einer hoffentlich genauso spannenden Diskussion und dafür, meine Damen und Herren, brauche ich Sie, weil wir brauchen jetzt kluge, interessante Fragen. Oder nur Fragen. Wir nehmen auch nur Fragen. Ja, wenn jetzt im Raum noch kein Wissens- oder Fragebedarf vorhanden ist, dann gehen wir jetzt auf das Internet zurück, weil ich sehe hier auf dem iPad sind einige Fragen schon aufgelaufen. Ich zitiere. Sie haben die Bünde der ÖVP als ein Rückgrat der Partei angesprochen. Könnten Sie vielleicht noch erläutern, was diese besonders macht, zum Beispiel im Gegensatz zum deutschen Ortsverein, sofern vergleichbar? Ja, vielen Dank. Das ist mal eine schön spezifische Frage. Die Bünde sind nicht vergleichbar mit Ortsvereinen, sondern das sind die Organisationen der, wenn man so will, verschiedenen, man kann sagen, die verschiedenen ständischen Organisationen. Da gibt es etwa den Bauernbund. Das ist eine ganz zentrale Organisation, die vor allem die Einbindung landwirtschaftlicher Interessen in die Partei sichern soll. Und viele wichtige maßgebliche Politiker und Politikerinnen der österreichischen Christdemokratie kamen aus diesen Organisationen. Also es sind Vorfeldorganisationen, die deutlich größer sind als Ortsvereine und dementsprechend auch eine historisch wichtige Rolle gespielt haben, die unterschiedlichen Milieus, die diese Partei vertreten hat, in die Partei zu integrieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein. Okay, jetzt geht's. Wir beide sind kooperativ, wir haben damit kein Problem mit einem Mikrofon. Welche Rolle spielen bei der Christdemokratie, zweite Frage hier, ich zitiere, im europäischen Vergleich heute die klassischen Kirchen wie die katholische Kirche mit Papst? Also welche Rolle spielen bei der Christdemokratie im europäischen Vergleich die Kirchen? Ja, das ist eine große und es ist tatsächlich auch eine schwierige Frage. Es ist natürlich so, dass die, man muss vielleicht sagen, die Christdemokratie ist insofern ein Bruch mit der konfessionellen Politik der Zwischenkriegszeit, allen voran eben ein Bruch mit dem politischen Katholizismus, weil sich diese Parteien nicht mehr als politischer Arm der Kirche verstehen. Das war ja bei vielen dieser Parteien ursprünglich der Fall, dass die Nähe zur Kirche viel stärker war und dass auch der Klerus in die Programmatik hineingewirkt hat. Und es gibt höchstens lose Allianzen hier und da, die sind mal weniger, mal intensiver, mal noch loser. Ich kann nur sagen, die meisten Kirchenvertreter, mit denen ich zu tun habe im Rahmen oder zu tun hatte auch im Rahmen meiner Recherche dafür, sehen ihr eigenes Verhältnis zur Christdemokratie als sehr distant. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass zum Beispiel auf europäischer Ebene, das ist vielleicht noch ganz interessant, wo aus meiner Sicht auch besonders viel über die christdemokratische Programmatik gesprochen wird, also in der Europäischen Volkspartei, eine starke Einbindung auch der Kirche, zumindest formell und symbolisch passiert. Also etwa durch die Europäische Bischofskonferenz, die auch auf EU-Ebene organisiert ist. Ich bin tatsächlich, man glaubt es kaum, wenn man so ein Buch schreibt, ich bin tatsächlich immer wieder eingeladen, auch von der EVP und oft treten in diesem Kontext auch Vertreter gerade der Europäischen Bischofskonferenz, Kormesse heißt das auf. Das heißt, da gibt es zumindest eine Form von Austausch und eine Form von auch symbolischer Allianz, aber das Ganze hat überhaupt nicht dieselbe Schlagkraft oder auch Verwurzelung aus meiner Sicht, wie das historisch der Fall war. Nächste Frage. In Diskussionen um die Wandlung und möglichen Perspektiven im Konservativismus empfand ich Natascha Strubels, also nicht ich, sondern hier der Fragesteller aus dem Internet, empfand ich Natascha Strubels radikalisierter Konservativismus als sehr prägnant. Kennen Sie, Herr Wolkenstein, das Buch und wie verstehen Sie die Kritik, dass in gemäßig bis rechten Kreisen Strubel als politisch links und blind verschrien wird. Sie ist ja auch übrigens Wienerin. Ja, ja, ich kenne Natascha Strubel persönlich und ich kenne ihr Buch. Ich meine, das waren jetzt, ich glaube, es waren zwei Fragen, die eine Frage, ob ich das kenne und die andere Frage, ob ich verstehe, warum sie in ein stark linkes Spektrum, also ich glaube, die Verortung von Natascha Strubel im linken politischen Spektrum hat einfach damit zu tun, dass sie explizit sozialdemokratisch, aktivistisch tätig ist und Parteimitglied ist. Also da scheint mir nichts Merkwürdiges dran. Das Buch ist natürlich noch ein stärkeres Thesenbuch und auch deutlich weniger historisch. Ich will es damit auch gar nicht irgendwie schlecht machen, das ist einfach eine andere Art Buch als meins, das nicht auf eine These in Wirklichkeit sich versucht zu reduzieren und auch mehr in die Geschichte hineingeht. Also da sind natürlich einfach im Produkt auch große Unterschiede. Ich glaube, das, was Natascha Strubel gut macht, ist zuzuspitzen, in welcher Art und Weise sich innerhalb des konservativen Spektrums möglicherweise autoritäre Tendenzen bilden. Und sie hat natürlich viele gute Beispiele von vielleicht dramatischen Beispielen, die Radikalisierung der republikanischen Partei in den USA und der Trump und davor noch eigentlich der Tea Party, das kommt nicht so viel vor. Das sind natürlich fantastische Beispiele, genauso wie man die Radikalisierung der Tories in Großbritannien in diesem Lichte lesen kann. Aber das sind sozusagen Phänomene, die vielleicht nicht komplett repräsentativ auch sind. Wir können nicht sagen, dass das, was mit Trump passiert oder das, was unter Orban passiert, uns komplett erklärt, in welche Richtung der Konservatismus oder die Christdemokratie von mir aus in Europa oder auch in der gesamten westlichen Welt sich entwickelt. Frau Blasius Krämer will wissen, wie lässt sich die Haltung der Christdemokratie mit der Abschottung gegenüber Flüchtlingen und dem Sterben im Mittelmeer vereinbaren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, das müsste jemand anderer beantworten. Mein Eindruck ist auch ein bisschen, dass diese Frage ja innerhalb jener christdemokratischer Kreise, die ich gut kenne, umstritten ist. Also es gibt natürlich einerseits, kann man sagen, also wenn ich es jetzt herleiten müsste, würde ich sagen, wenn ich jetzt aus einer christdemokratischen Position für eine starke Migrationskontrolle argumentieren würde, wäre das naheliegendste Argument vor allem mal ein Stabilitätsargument, dass es nicht tragfähig ist, sehr, sehr viele Leute aus sehr unterschiedlichen Kulturen, die vielleicht die Sprache nicht können, in ein Land aufzunehmen, trotz hoher Hilfsbereitschaft. Das wäre so etwas, was ich, weiß nicht, Jens Spahn, glaube ich, argumentiert auch so, aber man findet ja auch andere Leute, die in diese Richtung argumentieren. Ich würde sicher kein Kulturkampf-Argument rausziehen. Umgekehrt kenne ich auch Leute innerhalb der Christdemokratie, die eben im Sinne von ursprünglich christlicher Werte argumentieren, dass man den Ärmsten der Armen immer die Tür offen halten muss. Also eine Abgeordnete der Europäischen Volkspartei, der ich versprochen habe, sie hier nicht namentlich zu zitieren, hat mir mal im persönlichen Gespräch gesagt, sie glaubt, dass das das Thema ist, an dem sich die Zukunft der Christdemokratie entscheidet, weil es so sehr an die tiefen christlichen Werte heranreicht. Bernd Strube. Was Sie gesagt haben zur Desensibilisierung illiberaler Strukturen oder autoritärer Strukturen, was lässt uns das eigentlich erwarten jetzt in Europa, wo rechtsgerichtete Kräfte stärker werden als politische Parteien? Einerseits jetzt nicht nur, Sie haben es ja hauptsächlich gegenüber osteuropäischen Staaten machtpolitisch geschildert. Aber was bedeutet das eigentlich für die Entwicklung der politischen Kultur und der Mehrheitsverhältnisse in der EU? Und wenn ich die Frage noch anschließen darf, auch hier in Deutschland sind wir ja auch auf dem Weg dahin, dass die CDU sich erklären muss, wie sie mit der AfD umgeht in den neuen Bundesländern oder auch zukünftig hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich kann auch nicht weit in die Zukunft blicken. Ich denke, man könnte sagen, in Deutschland, aufgrund der deutschen politischen Kultur, ist das alles etwas verlangsamt. Also in anderen europäischen Ländern haben die konservativen Kräfte, ob die nun christdemokratisch waren oder nicht, schon teilweise vor zehn Jahren oder noch, weiß nicht, sogar teilweise in den 90er Jahren, wenn Sie an die Forza Italia von Berlusconi denken, diese Grenzen komplett aufgeweicht. Und Forza Italia war die Partei, die am meisten profitiert hat vom Zusammenbruch der Demokratie, Christiana 94. Und die Wählermilieus haben sich natürlich aufgeteilt. Ein paar sind dann auch so quasi sozialdemokratisch geworden, wie etwa Romano Prodi, ein gutes Stichwort, der kommt ursprünglich aus der Christdemokratie und war dann Sozialdemokrat in seiner späteren politischen Laufbahn. Gustav Heinemann auch. Also es gab jedenfalls, es gibt jedenfalls viele Entwicklungen in Europa, die schon längst, wo schon längst diese sogenannten Brandmauern eingerissen wurden. Und in Deutschland, ich finde die deutsche Debatte eben insofern interessant, als dass das hier ja eben noch zur Debatte steht. In Österreich, Österreich hat natürlich auch so eine fast Avantgarde-Funktion im Rechtspopulismus. Da steht das ja schon lange nicht mehr wirklich zur Debatte. auch so weit, dass die Empörung, die noch 1999 bzw. 2000 bei der Schüssel 1 Regierung, der ersten Koalition, die die FPÖ zentral in die Regierung holt, also vor allem die Haider-FPÖ, die FPÖ war vorher schon mal in einer Regierung, aber in einer ganz anderen Konstellation, die Empörung, die da geherrscht hat, die gibt es natürlich heute auch nicht. Das heißt, wenn heute eine schwarz-blaue, also ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich wieder käme, trotz einer Radikalisierung der FPÖ, die ja wirklich noch mal sehr nach rechts gewandert ist im Nachfeld der Corona-Krise. Ich glaube natürlich, es geben natürlich viele kritische Stimmen, aber es ist nicht mehr das, das Protestpotenzial, dass Leute deswegen auf die Straße gehen oder sich wundern darüber. Diese Desensibilisierung, die auch unter den Wählerinnen und Wählern stattgefunden hat, die muss man einfach in Europa im Großen und Ganzen konstatieren und wahrscheinlich ist das auch ein Stück weit ein Ausblick auf die Art und Weise, wie sich die politische Kultur verändert. Vielleicht noch einen Satz zur Christdemokratie, den ich interessant finde. Ich nehme ja die Christdemokratie sehr ernst und eigentlich wünsche ich mir auch, dass die Christdemokratie da klare Positionen entwickelt und generell der Konservatismus klare Positionen entwickelt. Ich habe den Eindruck, auch aus vielen Gesprächen, teilweise mit führenden christdemokratischen Politikerinnen und Politikern, dass es die Idee gibt, man integriert, sagen wir so mal, illiberale rechtspopulistische Kräfte irgendwo in Koalitionen und Allianzen und entschärft sie damit. Die Idee gab es lange mit Orbán. Es gibt immer noch in der EVP-Fraktion viele, die das so sehen. Und interessanterweise ist ja das neue Projekt, das in die Richtung geht auf europäischer Ebene, die Integration von Melonis, Fratelli d'Italia, wo das Argument auch ist, gut, das ist ja sowas wie, wir können uns da irgendwie in unseren Werten auch wiederfinden, die hat sich eigentlich moderiert, jetzt holen wir sie rein und machen sie, also jetzt überspitzt gesagt, zu einer italienischen Christdemokratie, die uns seit 1994 fehlt. Und das ist natürlich auch ein heikles Spiel, weil man wird natürlich auch ein bisschen dann zu diesen Kräften, wenn man sie integriert. Und es ist immer eine Form von Austausch und auch gegenseitigem Lernen, dass potenziell natürlich auch das ganze politische Spektrum, wenn man so will, nach rechts und nicht mehr unbedingt im demokratischen Spektrum nach rechts verschieben kann. Sorry, das war eine lange Antwort, aber Sie haben ein riesiges Thema angesprochen. Darf ich gerade darauf noch Bezug nehmen? Also man könnte ja sagen, dass solche Parteien dann auf die vom Wähler ausgehenden Entwicklungen reagieren sozusagen. Also wenn es eine christdemokratische Partei gibt, die nach rechts sich entwickelt und Bernd Strube hat das ja jetzt im Hinblick auf die CDU in Deutschland möglicherweise ausgehend im September nach den Wahlen im Osten schon skizziert, dass man dann sagt, ja, wir machen das ja, um die Demokratie zu retten, um Schlimmeres zu verhüten. Und ich meine, das haben wir schon früher mal. Irgendwann kenne ich ja aus der Geschichte mit dem Schlimmeren verhüten und wo das dann geendet ist, das wissen wir ja auch. Also mir erscheint es da und das ist das interessant auch an Ihrem Vortrag, dass es eben keine Grundmarken gibt, die wirklich, sage ich mal, wie feste Säulen da stehen und die, sage ich mal, die liberale Demokratie mit Minderheitenschutz garantieren. Da habe ich schon so einen Aha-Effekt gehabt, obwohl das ja weit zurückliegt mit diesen Enzykliken von Papst Leo und dem anderen Papst, ohne dass eben eine Präjudiz für ein demokratisches, liberales, politisches System daraus zu entnehmen ist. Und das Verhalten des Zentrums beispielsweise in der Weimarer Republik ist ja ein tolles Beispiel genau für diese von Ihnen skizzierte Linie. Ich meine, das Ermächtigungsgesetz ist eben auch mit den Stimmen des Zentrums beschlossen worden. Das Zentrum hat sich selbst aufgelöst, hat sich dann mit Billigung des Vatikans quasi Hitler ergeben, weil man ja dieses Konkordat dann bekommen hat und damit ja glaubte, christliche Grundsätze auch gesichert zu haben. Ja, aber ich will das ja jetzt nicht in einem historischen Exkurs, nur das sind so Dinge, die dann, sag ich mal, freigesetzt werden, wenn man jetzt sich da erinnert an oder wenn man die Septemberwahlen hier in Deutschland bevorstehen hat. Und ja, aber jetzt lasse ich Sie mal dazu was sagen. Was genau war die Frage? Danke. Sorry. Ja, gut, es gab ja sicherlich einige Anknüpfungspunkte. Es gab viele. Ja, aber suchen Sie sich was aus. Sehr gut, danke. Wie lange haben wir noch? Also, nein, ich denke, es ist wahnsinnig schwierig. Ich sehe auch, ich finde es auch eine schwierige Aufgabe, wenn man jetzt Beobachterin oder Beobachter ist, vorauszusehen natürlich, wie sich diese Dinge entwickeln. Und es gibt immer warnende Beispiele aus der Vergangenheit und ich glaube, die sollen einen eben sensibilisieren. Aber wissen wir genau, wie es kommt, wenn es zu Koalitionsbildungen, ich weiß es nicht, in Deutschland kann ich mir das irgendwie schwer vorstellen, aber wie sehen Koalitionsbildungen in anderen Ländern aus? Wir haben ja sehr viele Wahlen in diesem Jahr, auch in Österreich im Übrigen, in denen moderat konservative Parteien mit rechtspopulistischen, illiberalen Kräften zusammenarbeiten. Das kann in unterschiedlichen, also je nach Kräfteverhältnis kann das tatsächlich einen zähmenden Effekt haben. Es kann diese Parteien tatsächlich in eine Position bringen, wo sie Verantwortung übernehmen müssen. Und ich weiß, das klingt vielleicht schrecklich, wenn man sich vorstellt, was das in Deutschland bedeuten würde, aber tatsächlich war die Erfahrung, in Österreich die FPÖ in Koalitionen zu integrieren, in der Regel, dass diese Partei dann implodiert oder über, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, ihre eigene Dummheiten, Stichwort Ibiza-Fähre, gestolpert ist. Und das heißt jetzt nicht, dass das das Modell ist, dass man sagt, gut, die werden schon wieder Mist bauen und wir beziehen sie jetzt ein. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass die Verlagerung von echter Verantwortung auf manche dieser Akteure gleichzeitig mit Kontrolle gegenüber ihrer Befugnisse nicht unbedingt kontraproduktive Effekte haben muss. Ein großer Vorteil vieler dieser Parteien, die man eben als rechtspopulistisch bezeichnet, ist ja, dass sie so oft in Opposition sind. Und aus Opposition lässt sich alles immer leichter darstellen. Da gibt es immer einen goldenen Weg, den man gehen kann, weil man nicht mit den Realitäten umgehen muss. Solange sie nicht allein regieren, wie man es in Ungarn sieht, sind die Gefahren vielleicht auch einzuhegen. Ich, wie gesagt, ich denke da vielleicht auch zu optimistisch, aber ich glaube, dass wir ja nicht mehr, also gestern haben wir natürlich oft darüber gesprochen, Bonn ist nicht Weimar, nicht, aber es ist auch die heutige Bundesrepublik und viele andere europäische Länder sind auch nicht Weimar. Und es gibt genug Checks and Balances. Ich glaube tatsächlich, ohne dass ich Ihnen, ich weiß nicht, wie Sie nicht langweilen mit Österreich, es ist auch kein so interessantes Land, aber gerade was so politische Dynamiken angeht, wird vieles vorweggenommen dort, was vielleicht woanders dann später kommt. Ich glaube, viele Leute in Österreich haben keine so große Angst vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ, nicht nur, weil sie die FPÖ aus guten Gründen für inkompetent halten und glauben, dass sie sich zutiefst zerstreiten, sondern auch, weil es Föderalismus gibt, weil es so viele Checks and Balances und Sozialpartnerschaft und etc. etc. gibt, dass man einfach nicht über Nacht dieses System kurz schließen kann, wenn man nicht eine Zweidrittel oder was auch immer, eine Mehrheit hat, die diese Parteien alleine schon gar nicht erzielen werden, selbst wenn sie sehr groß sind. Und ich denke, manchmal muss man auch über das nachdenken, dass die Kohäsion des politischen Systems unter Bedingungen, wo diese Parteien eben nicht, wie übrigens auch dem Wahlsystem vor Orbans Machtübernahme geschuldet, eben in Ungarn dann zwei Drittelmehrheiten produzieren, sehr leicht zwei Drittelmehrheiten produzieren, tatsächlich nicht so gefährlich sind. Aber, wie gesagt, vielleicht zu optimistisch, vielleicht ist mein Glaube daran, an Checks and Balances und Pluralismus, Veto Players, zu groß, aber man muss das auch ein Stück weit mitdenken. Es ist nicht so, dass wenn eine vermeintlich bedrohliche oder bedrohliche Partei für die Demokratie bedrohliche Partei 20% der Stimmen hat, dass das den Untergang der Demokratie bedeutet. Man muss halt dann die Frage stellen, wieso hat die 20%? Dann wollte ich noch gerne von Ihnen wissen, warum Sie den politikwissenschaftlichen Begriff der Volkspartei nicht benutzt haben. Weil eigentlich ja, jedenfalls aus der Perspektive der Sozialdemokratie nach dem Zweiten Weltkrieg die christdemokratische Partei in Anführungszeichen ein Vorbild zu sein schien. Godesberg 59 war ja dann die Folge und man hat ja dann versucht, sage ich mal, auch Volkspartei zu werden und ist ja dann auch tatsächlich Regierungspartei geworden. Also in Ihrem Vortrag, in Ihrem Buch taucht dieser Begriff so als politikwissenschaftlicher Standard nicht auf. Also Sie haben wahrscheinlich das Buch vielleicht besser parat. Meines Wissens nach taucht er auf und zwar genau in dem Kontext, in dem ich den auch jetzt im Vortrag verwendet habe, nämlich im Zusammenhang mit dem Rebranding, wie ich es genannt habe, der Parteien, also der Neuerfindung einiger dieser Parteien, die noch aus der konfessionellen Politik kommen, als eben breit aufgestellte Sammlungsbewegungen und eben Volksparteien. Also es ist, glaube ich, ganz am Anfang des Nachkriegskapitels kommt das vor. Es ist keine große, sozusagen, begriffliche Auseinandersetzung, aber es wird natürlich erwähnt, dass der Begriff der Volkspartei eine wichtige Rolle spielt im Selbstverständnis dieser Parteien, eben als ein Versuch zu sagen, wir sind nicht mehr nur für ein sehr spezifisches Milieu da, selbst wenn das heterogen ist, nämlich gläubige Leute, die sich irgendwo dann ursprünglich ja auch primär mit katholischen, ländlichen Interessen identifiziert haben, sondern wir sind ganz breit aufgestellt und dieses Bild von der, also ich kann noch mal zurückgehen dann, aber dieses Poster von der Demokratie Christianer finde ich sehr, sehr eindrücklich, wo Arbeiter, eben dann der Mann im Anzug, man nimmt an, auf jeden Fall ist kein Arbeiter, sondern White Collar, wie man so schön sagt und die Frau mit dem Kind, etc., etc., alle versammelt vor dem Schild Libertas und so weiter. Also das ist für mich eigentlich eine sehr starke Symbolik, die in den Parteien nach 1945 durchaus dominant war. Es gibt sogar, das wissen vielleicht manche von Ihnen besser, es gibt ja sogar aus der ganz frühen Bundesrepublik unterschiedliche Plakate an Protestanten und Katholiken adressiert von der CDU und einige davon habe ich ja meinem Computer, der im Hotel liegt, gespeichert, sonst könnte ich sie Ihnen jetzt zeigen, weil sie sind toll und da steht nämlich bei einem Plakage Protestantenrufzeichen, die CDU ist nicht die Weiterführung des Zentrums, sondern seine Überwindung. Ja, so, mir liegen keine weiteren Fragen mehr vor, dann darf ich mich, ist noch eine Frage da, das will ich nicht unterschlagen. Sie ist, also ich bin nicht ganz überzeugt von der Theorie, dass es eventuell doch gut gehen könnte, wenn jetzt die Wahlen ablaufen in Ostdeutschland, wie man es vermutet, weil man ja nicht nur erlebt, dass die konservativen Parteien sich anpassen an die rechten Parteien und quasi deren Feindbilder und Argumentationen und so weiter übernehmen, weil sie glauben, dass sie damit die weite Bevölkerung ansprechen, sondern gleichzeitig sehen wir ja auch, wenn wir uns die letzten Umfragen angucken, dass es zu einer totalen Zerstörung sozialdemokratischer Parteien und auch in anderen Ländern Europas zur totalen Zerstörung sozialistischer Parteien geführt hat, weil die einfach die anderen Menschen nicht mehr erreichen, wenn die Konservativen mit den ganz Rechten zusammengehen und das ein großer Block ist, dann sind also andere demokratische Kräfte nicht mehr stark genug. Ja, also ich will Ihnen da auch gar nicht widersprechen, ich wollte auch nicht beschwichtigen und sagen, man sollte sich über diese ganzen Entwicklungen nicht den Kopf zerbrechen. Es hängt natürlich viel davon ab, was wir darunter verstehen, wenn wir sagen, es geht gut. Vielleicht denke ich da, das mag an meiner Herkunft liegen, recht minimalistisch im Sinne von, bleibt das politische System, die liberale Demokratie im Großen und Ganzen mal bestehen, kommt es nicht zu dem, was man Backsliding oder demokratische Regressionen nennt. Und da bin ich eben vielleicht nicht überoptimistisch, aber ich denke mir, gut, das ist natürlich eine Belastungsprobe, aber es ist noch nicht so, dass unsere Wahlsysteme dann, wie gesagt, wie in Ungarn auf einmal für eine Partei so ganz leicht mal eine Zweidrittelmehrheit ausschütten. Ich meine, man darf nicht vergessen, in Ungarn und Polen, das sind gute Beispiele für ein konstitutionelles Design, das orientiert es dem Landstabilität zu geben und das heißt, dass man mit teilweise unter 40% der Stimmen über 50% der Mandate bekommt, das ist in Polen etwa der Fall, in Ungarn ist es ähnlich, wobei ich den genauen Rechnungsschlüssel jetzt nicht im Kopf habe, aber sowas gibt es natürlich jetzt in Westeuropa nicht so häufig, da gibt es eher vielleicht eine Überfragmentierung wie in den Niederlanden oder sowas, unterschiedliche Phänomene und man kann es auch nicht über einen Kamm scheren, aber dass eine Partei, die jetzt erstarkt oder vielleicht in einer Allianz erstarkt, dann auf einmal alles zum Kippen bringt, diese Angst habe ich so tatsächlich nicht, aber das heißt nicht, und da bin ich ganz bei Ihnen, dass man sich nicht den Kopf zerbrechen muss, was passiert mit all den Parteien, die Wähler verlieren, die Milieubindungen verlieren, was passiert, wenn auf einmal viele Parteien, die normal für die Stabilität eines politischen Systems auch traditionell da waren, verschwinden oder unfähig werden, zu mobilisieren. Das ist eine extrem wichtige und eine ganz große Frage, die, glaube ich, die Langzeitperspektive auf das Thema auch sehr prägen sollte. Und da gebe ich Ihnen auch hundertprozentig recht, also mein verhalterner Optimismus galt eigentlich nur der Frage, ob wir jetzt hier sozusagen Zusammenbrüche erleben. da, glaube ich, sind wir zum Glück noch weit davon entfernt. Aber das heißt eben nicht im Unkehrschluss, dass man sich zurücklehnen sollte und sagen, es ist alles super. Das ist nicht, was ich sagen wollte. Also eines der großen Verdienste dieses Buches und der Betrachtung von Herrn Wolkenstein ist ja, dass wir über diese Problematik diskutieren. Dass wir natürlich nicht jetzt in eine Glaskugel hineinschauen können und wissen, was im Herbst und danach in Deutschland oder wo auch immer in Frankreich beispielsweise passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Aber die Sensibilisierung, also wir haben viel über Desensibilisierung gesprochen. Jetzt geht es mal um Sensibilisierung, nämlich unser Referent hat hier einen großen Beitrag zur Sensibilisierung geleistet. Das heißt, wir haben das schon jetzt im Fokus und werden das natürlich mit Argus Augen betrachten und auch Ihr Kollege Biebrücher ist ja immer wieder auch Gast bei uns. Also wir als eher, sage ich mal, linke Stiftung haben natürlich dann auch diese Entwicklung des Konservatismus kritisch im Auge und dass Sie das etwas positiver sehen als wir Deutschen, das kann ich aufgrund Ihrer Herkunft natürlich verstehen, weil jeder oder die meisten kennen ja den schönen Unterschied zwischen Deutschen und Österreicher auf die Frage, wie die Lage ist. Sagt der Deutsche, die Lage ist ernst, Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, genau. Und in Österreich ist es umgekehrt, da ist sie eben hoffnungslos, aber nicht ernst. Und deswegen ist bei Ihnen natürlich dann noch mehr Hoffnung vorhanden. Ich will nicht schließen, bevor ich darauf hingewiesen habe, dass dieses empfehlenswerte Buch heute Abend auch hier zu kaufen ist, nämlich Herr Hofstetter von der Buchhandlung St. Johann hat dankenswerterweise einige Exemplare mitgebracht und ist auch bereit, sie gegen 16,95 Euro abzugeben und unser Referent ist auch bereit, dieses Buch, wenn es denn von Ihnen gekauft wird, zu signieren. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen fürs Kommen und danke für die Einladung. Vielen Dank.